Wenn du es geschafft hast, Lord Saddler den Raketenwerfer, den dir Ada zugeschmissen hat zwischen seine Gammelzähne direkt in sein Auge das aussieht, als wäre es ein gammeliger Pilz zu ballern. Dann hast du es geschafft. Nicht dass du dann das Spiel so gut wie beendet hast, nein. Du erhältst außerdem den Erfolg. Nach Hause. Bis zum nächsten Mal.